Was ist psychiatrische Komorbidität? Psychiatrische Komorbidität tritt während der Diagnose eines zertifizierten Psychiaters auf. Im Allgemeinen bezieht es sich auf Fälle, in denen bei einem Patienten eine psychische Störung zusammen mit einem anderen Gesundheitszustand diagnostiziert wird. In der heutigen Zeit umfasst diese Diagnose in der Regel zwei oder mehr verschiedene psychische Störungen. Kriterien für die psychiatrische Komorbidität werden in der Regel aus Handbüchern zur Diagnose abgeleitet, obwohl das Phänomen in einigen Fachkreisen umstritten ist. Komorbidität als anerkannter Fachbegriff bestand vor den 1970er Jahren nicht wirklich. Das Wort wurde ursprünglich in der medizinischen Gemeinschaft verwendet. In dieser Eigenschaft beschrieb die Komorbidität Fälle, in denen ein Patient eine erste medizinische Diagnose erhalten konnte, und während oder nach dieser Diagnose auch eine andere medizinische Schwierigkeit entwickelte. Zum Beispiel könnte ein Patient zusätzlich zu einem Geschwür einen hohen Blutdruck haben. Psychiater nahmen den Begriff bald als Bezugspunkt an. Gelegentlich bezog sich der Begriff auf eine psychische Verfassung, die neben einer physischen Verfassung existierte. Moderne psychiatrische Komorbidität verweist jedoch in der Regel auf gleichzeitig vorhandene psychische Störungen. Daher wurde der Begriff für Fälle verwendet, in denen ein psychiatrischer Patient die Diagnose-Kriterien für mehr als eine erkannte psychische Störung erfüllte. Ein Wort für ein solches Phänomen wurde notwendig, da mehr psychiatrischer Patienten Doppeldiagnosen erhielten. Fälle von psychiatrischer Komorbidität werden normalerweise durch traditionelle psychiatrische Diagnosen bestimmt. Daher werden Psychiater mit der Symptomologie und den Kriterien für verschiedene psychische Störungen vertraut gemacht, wie sie in Professionen Handbüchern wie dem Diagnose- und Statistikhandbuch für psychische Störungen beschrieben sind. Solche Diagnosen werden oft durch Patienteninterviews und medizinisch entwickelte Testbewertungen erreicht. Wenn mehr als eine Bedingung betroffen ist, kann ein Patient eine Primärdiagnose mit einer Sekundärbedingung erhalten. Wenn der Psychiater jedoch beide Erkrankungen als gleichermaßen prominent ansieht, erhält jede Störung gleiches Gewicht und Unterschied. Das Studium der psychiatrischen Komorbidität ist in der psychiatrischen Versorgung wichtig, da einige Bedingungen in einem großen Prozentsatz der Fälle zusammen auftreten. Durch das Verständnis, warum diese Verbindungen existieren, können Psychiater die gemeinsamen Ursachen dieser Zustände besser erkennen und effizientere Therapieansätze entwickeln. Tatsächlich werden psychiatrische Störungen aufgrund ihrer gemeinsamen Merkmale häufig in größere Gruppen eingedeilt. Beispielsweise kann bei einem Patienten sowohl eine Zwangsstörung als auch eine Panikstörung diagnostiziert werden, die beide als Angststörungen erkannt werden. Untersuchungen legen nahe, dass über die Hälfte der psychiatrischen Patienten bei mindestens zwei Erkrankungen eine psychiatrische Komorbidität aufweist. Es gibt jedoch einige Kontroversen über den Begriff. Kritiker argumentieren, dass das, was einige Psychiater als separate Zustände diagnostizieren, tatsächlich unterschiedliche Aspekte desselben Zustands sein kann. Viele psychische Störungen haben ähnliche Symptome, und die Liste der psychischen Störungen, die in offiziell anerkannten Handbüchern für psychiatrische Diagnosen enthalten und ausgeschlossen sind, ändert sich ständig. Die daraus resultierende Diagnose oder Überdiagnose kann möglicherweise zu ineffektiven oder sogar schädlichen Behandlungsansätzen führen, insbesondere wenn Arzneimittel beteiligt sind.